damit herzlich willkommen zurück zu doom 3 bfg edition ja wir haben die lizenz inzwischen da können wir auch hier das hier machen und dann können wir auch hineingehen perfekt da hinten ist war wir aber hier einer nene 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 du haben wir das nicht gewendet ja stirbt ihr schweinepriester ihr total alter beschäftigung total als haben wir 100 also muss da keine sorgen zu machen hier ist wieder irgendwas schmeckt doch oder noch mehr wo leute erregt mich nun da ein bisschen auf muss ich sagen ich musste das getrocknen alles klar ebene 2 gucken wir mal was uns hier erwartet schon wieder diese fischer die haben im arm ausgespuckt haben wahrscheinlich jemanden fressen da oben oh no they're gonna eat them and then they'll eat me oh my god ok ja 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 hat napcon wo dann ist dazu angelehnt kann mein finger nicht drauf deuten wenn ihr es wisst könnt ihr den kommentare schreiben aber ich kann mein finger nicht drauf deuten napcon 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 keine ahnung keine ahnung was das bedeuten könnte wieder mal eine überraschung hinter der ecke okay das sei erst ein bisschen unheimlich aus muss zugeben bisschen hier energie sparen okay das muss ich fertig zugeben dass da unheimlich aus kommen wir visionen okay in unserem maschinengewehr was wunderbar läuft ja wir werden dir schon helfen okay wenn wir hier lang gehen das wird wahrscheinlich der richtige weg sein denke ich hat schon was creepy ist das muss man kann ich schießen und die rummutter hätte ja sein können aber die sind eigentlich doch relativ einfach diese gegner werden sie denn ein von hinten angreifen diese karte gemacht haben ja klar ich helfe dir und du schließt auch auch so schön okay aber nicht schön ist kein nakamura das auf jeden fall net kein besonderer abweistung so wie ich das sehe hier mal weiter gehen weiter so auch auch noch mal nachladen das mache ich ja immer also scheiße ich habe der gerade doch kraft ist scheiße 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 das war echt knapp jetzt das sind noch ein paar am leben okay war vielleicht ein bisschen spät den custod bleibt einfach mal tot noch mehr ja okay ich versuche ich hätte mein bestes geben das ist das einzige was ich machen kann zu diesem zeitpunkt scheiße nachladen ist immer scheiße nachladen ist immer scheiße machen muss okay muss ich aber immer darauf achten ob da sie ist mir schon oh 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 boah ey was seid ihr lestige Fischer ey was seid ihr lestige Fischer meine güte meine güte siehst du noch mal auf ich kann ihnen helfen das licht ist aus ich führe sie hier durch wenn sie mir aus der basis raushelfen er ist okay sich um durchgeführt er ist okay kann auch nichts versprechen aber ich habe auch eine tasche number also ich werde einfach mal ein bisschen vorgehen meine tasche number das war ganz so gerne knapp das war gar nichts werden wir weiter oder hast du vor da stehen zu bleiben und der in die hose zu schützen total schwer sagen ich habe nicht ich habe nicht ja habe ich auch ich habe die taschendampe stell dir vor das war gar nicht knapp jetzt kommen weiter nein noch nicht bisschen hier batterie sparen ja komm perfekt wenn wir direkt mal hoch gehen okay der typ ist anscheinend gestorben oh hi du bist tot ähm ich werde weiter gehen lass mal dich einmal allein dann stirbst du direkt typisch vielen Dank fürs Zusehen wenn euch das Video gefallen hat bitte lasst mir doch ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen nach oben und natürlich wenn es euch besonders gefallen hat könnt ihr gerne das mit Freunden und Bekannten teilen für weitere Videos könnt ihr auf die rechte Seite klicken dort wird ihr weitere Let's Plays von mir finden bis dahin ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020